Und durch die neuen physikalischen Erkenntnisse, durch die Quantenphysik und die Quantentheorie, die Quantenmechanik, kommen wir zu einem neuen Bild der Welt, kommen wir zu neuen Erkenntnissen über die Welt, die das in Frage stellen, was die Newton'sche Mechanik zuvor herausgefunden hat. Und die Newton'sche Mechanik und der damit verbundene Mechanizismus, der herrscht ja heute noch in vielen Köpfen von Physikern. Das ist auch das Problem, warum wir ein solches seit 100 Jahren quasi einen Stillstand haben. Seit Max Planck seine geniale Quantentheorie postulierte und erklärte, haben sich damit neue Ansätze in der Physik ergeben, die aber mit einem klassischen mechanizistischen, materialistischen, naturalistischen Weltbild nicht mehr übereinstimmen. Deswegen gibt es nun ein Gebiet, das sich digitale Physik oder digitale Ontologie oder auch digitale Philosophie nennt. Und diese Forschungsrichtung, die ist tatsächlich durchaus seriös und anerkannt und viele Wissenschaftler mit großem Namen haben daran bereits geforscht und sind von dieser Theorie überzeugt. Nun, was sagt diese Theorie und was hat sie überhaupt mit Gott zu tun? Nun, gemäß diesen Theorien kann das Universum durch den Output eines deterministischen oder probabilistischen Computerprogramms beschrieben werden. Universum ist demnach durch Information beschreibbar. Der Begriff der digitalen Physik wurde zuerst von Edward Fredkin erwähnt und später bevorzugte er dann den Begriff digitale Philosophie. Es gibt nun ein Argument für Gott in diesem neuen Gebiet, das tatsächlich ernst zu nehmen ist. Denn, wie gesagt, es basiert auf der Idee, dass das Universum und seine physikalischen Gesetze durch digitale oder informationsbasierte Prinzipien beschrieben werden können. Das Argument setzt voraus, dass das Universum auf einer fundamentalen Ebene wie ein riesiger Computer funktioniert, der von einem intelligenten Designer programmiert wurde. Die informationsbasierte Natur des Universums. Viele Physiker und Informatiker haben darauf hingewiesen, dass das Universum und seine Gesetze auf grundlegender Ebene durch Information und digitale Prinzipien beschrieben werden können. Konzepte wie Quantenmechanik und die Theorie der Quantengravitation verwenden Informationsbegriffe. Einige Wissenschaftler und Philosophen wie Nick Bostrom zum Beispiel haben vorgeschlagen, auf Basis der Simulationstheorie, dass es möglich ist, dass das Universum eine Simulation ist. Und Komplexität und Feinabstimmung werden insofern mit der Feinabstimmung physikalischer Konstanten, die das Leben ermöglicht, in Verbindung gebracht werden, als dann natürlich diese auf einen intelligenten Designer und Programmator hinweisen. Das menschliche Bewusstsein und die Fähigkeit, Information zu verarbeiten, sind ebenfalls faszinierende Phänomene, die in das Konzept der digitalen Physik passen. Einige Theorien schlagen vor, dass Bewusstsein ein fundamentales Element des Universums sei und dass ein intelligenter Designer diese Bewusstseinsfähigkeit in seine Schöpfung eingebaut hat. Nun, was kann man also insgesamt sagen? Jede Simulation einer Welt arbeitet entweder mechanisch im physischen Raum, zum Beispiel in einem Computer, oder ist das Ergebnis der Informationsverarbeitung in einem Geist, zum Beispiel dem Geist eines Programmierers. Der Erfolg, Prämisse 2, der digitalen Physik und das holographische Prinzip implizieren, dass der physische Raum eine entstehende 3D-Darstellung der Informationsverarbeitung ist. Prämisse 3, Quantenkognition und Entscheidungstheorie haben gezeigt, dass die Informationsverarbeitung in einem Geist Quantenprinzipien aufweist, von denen bekannt ist, dass sie der Entstehung des physischen Raums zugrunde liegen. Prämisse 4, von Prämisse 2 und Prämisse 3 ist die Informationsverarbeitung, aus der der physische Raum entsteht, wissenschaftlich nicht von der Informationsverarbeitung zu unterscheiden, die in einem Geist stattfindet. Prämisse 5, um Prämisse 1 in Bezug auf Prämisse 4 aufzubauen, ist unsere Welt entweder wissenschaftlich nicht von dem Ergebnis der Informationsverarbeitung in einem Geist zu unterscheiden, oder aber es ist das Ergebnis der Informationsverarbeitung in einem Geist. Prämisse 6, daher ist unsere Welt das Ergebnis der Informationsverarbeitung in einem Geist, diesem Geist, den wir Gott nennen. Nun, wenn wir Prämisse 2 und Prämisse 3 ansehen. Die Physik als ein digitalrechnerisches System zu betrachten, verbindet unterschiedliche Bereiche der Physik und vereinheitlicht sie unter einem Modell, das nach Occam's Rasiermesser tatsächlich eher sparsam ist und das tatsächlich so viel wie möglich erklärt, ohne so viel wie mögliche neue Extrateorien einzuführen. Es ist ziemlich klar, dass die digitale Physik das ist, worauf sich die sich ansammelnden Erkenntnisse in der Physik konzentriert haben. Zum Beispiel implizieren die Bell-Test-Experimente die Quanten-Nicht-Lokalität sowie die CPT-Invarianz eine starke Erhaltung von Informationen. Die Erkenntnis, dass die Lichtgeschwindigkeit eine universelle Höchstgeschwindigkeit und Invariante ist, unterstützt auch die digitale Physik, wie sie in die Kategorie der programmatischen Verarbeitungsrate passen würde. Dies erklärt, warum sich die Zeit in Gebieten mit hoher Materiedichte verlangsamt, da mehr Information verarbeitet werden muss. Die Quantisierung der Energie in Bezug auf die Planck-Konstante ist ein Beispiel dafür, dass physikalische Werte in Päckchen, Paketen existieren, wie es Information tut. Die digitale Physik hat erklärende Kraft, da sie endliche Schwellenwerte auferlegt, die nicht von Modellen der Physik auf der Grundlage von Differentialgleichungen bereitgestellt werden. Wenn wir die Konfigurationen von Teilchen zeichnen, die von zwei störenden Wellenimpulsen erzeugt werden, sehen die zulässigen Partikel genau wie die zulässigen Werte eines zellulären Automaten innerhalb seiner sich schneidenden, diskreten Kategorien aus. Und dies dient als Erklärung dafür, warum bestimmte Arten von Partikeln existieren. Darüber hinaus funktionieren klassische Modelle, wie die der Thermodynamik, nur mit bestimmten Annahmen über das umgebende Medium eines Objekts. Aber diese sind nicht notwendig, wenn sie als digitaler Prozess formuliert sind, die vom Programm der zellulären Automaten regiert wird. In den 1980er Jahren entdeckte Stephen Wolfram, dass zelluläre Automatenprogramme immense Komplexität erzeugen und hochkomplexe physikalische Phänomene mit viel einfacheren Regeln vorhersagen können als die Gleichungen, die die Physik standartmäßig verwendet. Der Informatiker Konrad Zuse und Edward Fredkin sowie der Mathematiker Stephen Wolfram entdeckten die gerade genannten Zusammenhänge früh. Der Physiker Jürgen Schmidhuber, Brian Whitworth und Seth Lloyd haben ebenfalls zur sich entwickelnden Theorie beigetragen. Aber es gibt eine weitere Bestätigung, dass die Physik digital ist. Der Physiker Sylvester James Gates zeigte, dass die Gleichungen des Physik als Fehlerprüfungscodes adinkras modelliert werden können, die Materie in Form von Information verarbeiten. Das holographische Prinzip ist ein noch stärkerer Beweis dafür, dass der physische Raum das Ergebnis der Informationsverarbeitung ist. Nach dem holographischen Prinzip sind alle Informationen im Großteil eines Raumes an seiner Grenze kodiert. Dieses Prinzip wurde als Erklärung für die entropische, für die obere entropische Grenze von schwarzen Löchern und ihre quantenmechanischen Merkmale abgeleitet. Bei der Demonstration des Umfangs und der Macht der holographischen Korrespondenz zwischen Bereichen und Informationen wickelt die Raumzeit als aufkommendes Merkmal der zugrunde liegenden Informationsverarbeitung die Lösung für Entropieparadoxe mit Quantenverschränkung und Quantengravitation ordentlich zusammen. Zur Unterstützung der Prämisse 3. Studien zur menschlichen Kognition und Entscheidung haben ergeben, dass bestimmte Kognitionsfehler wie der Fragereihenfolgeeffekt und Konjunktions- oder Disjunktionsfehler durch Bell-Testungleichungen und die Erlaubnis der Quantentheorie zwei Ideen gleichzeitig zu betrachten erklärt, kartiert und gespiegelt werden, was die Bayesche und klassische Wahrscheinlichkeitstheorie nicht zulassen. In Folge dessen kann die Informationsverarbeitung des menschlichen Geistes so modelliert werden, dass sie der Komplementarität, auch nicht Kommutativität genannt, unterliegt. Eine Eigenschaft, die auch die Quanteninformationsverarbeitung hat. Zum Beispiel sind Wellenteilchendualität und Heisenbergsche Unschärfe Manifestationen der Komplementarität. Das Ergebnis dieser Studien ist, dass der menschliche Verstand Information auf eine Weise verarbeitet, die wissenschaftlich nicht von der Informationsverarbeitung zu unterscheiden ist, aus der die Raumzeit bekannt ist. Das heißt, wenn wir das zusammenrechnen, all diese Argumente, dann müssen wir Folgendes sagen. Wir haben ganz offenkundig das Universum, das bereits auf Naturkonstanten basiert, die durch Information beschreibbar sind. Und diese Information ist so kodiert und so programmiert, dass komplexe Strukturen dadurch nicht nur existent werden können, sondern diese komplexen Strukturen dann solche Informationskonstruktionen sind, dass wir sie mit unserem Geist ebenfalls verarbeiten und daraus unsere Schlüsse ziehen können, sowie diese Gesetzmäßigkeiten, nach denen sie funktionieren, wieder zur Erschaffung eigener Dinge überhaupt erst anwenden können und so Pläne entwerfen können, wie man zum Beispiel Computerspiele programmiert oder ein Regal baut oder was weiß ich auch immer. Wie man also diese Informationskonstrukte dazu nutzt, um etwas zu tun, um etwas zu erschaffen, um tatsächlich Erfolg zu haben bei der Erschaffung von etwas. Und das deutet insgesamt sehr stark darauf hin und es passt insgesamt auch besser, als wenn man sagen würde, dass das Universum einfach nur ein mechanizistisches Gebilde ist, das im Nichts entstanden ist. Denn wenn tatsächlich, und das stellt ja die Quantenmechanik in Frage, das Universum aus dem Nichts plötzlich entstanden sein soll, dann stellt sich eben die Frage, wie kann das Universum überhaupt entstehen, ohne Raum, Zeit, Materie und vorher existente Naturgesetze. Dieses Problem haben wir nicht mehr, wenn wir sehen, ein gewisser Urknall von Information, der entsteht ja auch, wenn ein Programmierer ein Computerprogramm, eine Software oder was weiß ich auch immer entwickelt, installiert, wenn ein Spiel entwickelt wird, dann ist das ebenfalls genau das gleiche wie die Entstehung des Universums, basierend auf Information und auf der Informationsverarbeitungstheorie und der Informationstheorie. Wenn wir also sehen, dass die Informatik tatsächlich Modelle bereitstellen kann, die darauf hindeuten, dass das Universum programmiert ist, dann stellt sich natürlich die Frage nach dem Programmierer, der selbstverständlich immateriell und unabhängig von den Naturgesetzen, die er selbst entworfen hat, sein muss, genauso wie der Programmierer des Computerspiels unabhängig von dem Computerspiel und den darin programmierten Konstanten sein muss. Das bedeutet, alles in allem, dass das viel besser erklären kann, warum es überhaupt zur Entstehung des Universums kam und vor allem erklärt es viel besser, warum es überhaupt einen Urknall gab. Denn der Urknall, den in einem naturalistischen Weltbild zu betrachten, bringt einfach nur Probleme mit sich. Wenn man keine Naturgesetze, keinen Raum, keine Zeit und keine Materie hat, wird man der Entstehung des Universums einfach nicht gerecht. Man kann es einfach nicht erklären, weil es nicht in das naturalistische Weltbild passt. Denn es muss etwas gegeben haben, dass jenseits dieser Konstanten und jenseits der Naturgesetze und der Grenzen von Raum, Zeit und Materie tatsächlich gewesen ist, dass das Ganze überhaupt erst programmiert und überhaupt erst in die Schöpfung, ins Dasein gerufen hat. Und das passt viel besser dazu, dass wir einen Programmierer annehmen, der tatsächlich die Information, die immer erhalten bleibt, überhaupt erst kodiert hat und überhaupt erst zu solchen Strukturen zusammengefügt hat. Weil wir eben sehen, dass von nichts nichts kommt. Und dass man den Urknall nicht erklären kann, wenn tatsächlich man nichts hat. Und auch die Quantenmechanik, die und ihre Prinzipien brauchen diesen Programmierer. Denn anders kann man das nicht erklären. Man kann nicht aus einem Quantenvakuum ein Universum entspringen lassen, da die virtuellen Teilchen, die aus einem Quantenvakuum entspringen, erstens noch keine komplexen Strukturen hervorrufen, sondern sich teilweise wieder selbst vernichten, zweitens diese Quantenvakua und dieser Entstehungsprozess virtueller Teilchen bereits in einem existenten Raum-Zeit-Kontinuum mit Naturgesetzen überhaupt erst stattfindet, und drittens, weil das Quantenvakuum kein Vakuum ist, sondern voller Energie und Information. Dementsprechend, wenn tatsächlich das Universum aus einem Quantenvakuum entstanden wäre, wäre das Universum einfach basierend auf Energie und Information. Aber das Quantenvakuum muss selbst überhaupt erst ein Gebilde, eine Konstruktion sein, die am Anfang stand, die von jemandem entworfen wurde, weil dieses Quantenvakuum auf Basis von Naturgesetzen funktioniert und weil dieses Quantenvakuum tatsächlich voller Energie und Information ist. Gemäß des Energieerhaltungssatzes und dass Information weder vernichtet werden kann, noch einfach in die Existenz so überführt werden kann, einfach aus dem Nichts heraus, gilt also nach wie vor wieder das, was wir über den Schöpfer sagen können, wenn wir allein den Urknall betrachten. Da also die Theorie eines Schöpfers jenseits von Raumzeit und Materie viel besser zu den Erkenntnissen der Quantenphysik und der Informatik und der Physik passen und da der Naturalismus dafür keine alternative Erklärungen anbieten kann, ist das Argument aus der digitalen Physik ein ernstzunehmendes Argument, das sich schon allein deshalb in die Kette der Argumente für die Existenz Gottes eingliedern lässt, weil es zu dem passt, was wir über das Bewusstsein, über das nicht lokale Bewusstsein festgestellt haben und was wir über die Erschaffung der Welt durch Gott festgestellt haben.